Die Anhänger von Eintracht Frankfurt haben ihre geplante Choreografie gegen Schachtjö Donetsk, Europa League, Eintracht Frankfurt, Schachtjö Donetsk, Do. Ab 18.55 Uhr im Live-Ticker, kurzfristig abgesagt. Eine Stunde vor Anpfiff wurde die Choreo abgesagt. Der Grund, die Polizei hatte im Finn-Block der Frankfurter ein beleidiger Indies-Plakat entdeckt und dieses beschlagnahmt. Dabei war sie in den Block des Fins vorgerückt. Meist gelesener Artikel 1 Fußball 2 Bundesliga Podolski fühlt sich unerwünscht zwei Fußball Europa League in Tracht versenkt und jetzt drei Fußball-Bundesliga-Hummelsfeld, bangen um Goretzka vier in Fußball League 1 neuer Trikotsponsor für PSG-5 Motorsport Formel 1 Hülkenberg setzt Bestzeit bereits tagsüber soll die Polizeiräume der Frankfurter Altras durchsucht haben. Das berichtet die BILD. Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann kritisierte das Vorgehen der Beamten auf eine Pressekonferenz vor der Partie, Ich bin relativ angefasst. Was als tolles Fußballfest geplant war, ist stimmungstechnisch daneben. Anzeige Fischer Interview als Auslöser Hintergrund für die von der Polizei veranlassten Durchsuchungen in der WM Arena war ein Video von Vereinspräsident Peter Fischer am Vortag, an dem er sagte, das Stadion müsse brennen. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass die Polizei aufgrund eines emotionalen Videos so etwas veranlasst. Das war natürlich kein Aufruf für Gewalt oder das Abweinen von Pyrotechnik, sagte Hellmann. Bildergalerie Das sind die spektakulärsten Choreos der Eintracht für in 17 Bilder bei der Durchsuchung, die sich nicht gegen Personen richtete, sondern ausschließlich im Stadion stattfand, war laut Hellmann keine Pyrotechnik gefunden worden. Weil die Anhänger der Eintracht ihre Choreografie allerdings penibel geplant hatten und den zeitlichen Ablauf wegen der Durchsuchungen durcheinander gewirbelt sahen, entschieden sie sich, komplett darauf zu verzichten. Die Anhänger der Eintracht